Hallo und herzlich willkommen zurück zu COD WW2. Wir sind jetzt hier unter Prestige. Wir müssen uns natürlich wieder nach oben spielen. Unsere Waffen wieder freischalten, wir haben natürlich noch die Bar. Ich würde sagen, wegen los ist wieder ein Herrschaft. Alter. Mal sehen, wie es läuft. Wir halten Anton. Der Feind allein in schwere Verluste. Durchbrechen! Der Feind kontrolliert C. Das Wind ist ein Arsch. Du Balkon! Wir erobern Bertha! Backe, da habe ich nicht stoppen. Bertha eingelobt! Sie bewegen sich! Halt am Boden! Am Kontrollpunkt! Uiuiui, das war knapp. Shit, er wusste, dass ich da sitze. Oh, er wusste es nicht und hat einfach besser geschossen, keine Ahnung. So, mal gucken. Wir verlieren Ziel Bertha! So, der macht erstmal gar nichts. ... Die dröhnen. Uiuiui. Du, fuck! Ach eineeureuhe. Okay, das ist schon mal nicht ganz schwierig. Ja, da muss ich natürlich lassen. Darf ich da schon auf jeden Rad bestrehen? Da hoffen keine Entscheidungen mehr. So. Nein! Pistol wechselt sein Schuss. Ich muss das tun. Das tun kann ein bisschen so nass. Alter, was war denn das jetzt? Ich kann nicht mal reagieren, aber was schon tut. Ich muss mal warten, danke. Wenn es nicht funktioniert, dann werden andere Wege gesucht. Das hat sich der wahrscheinlich auch gedacht. Auf der Klippenbrücke! Wir unterschweren Beschuss! Leck mich! Das ist nett mal. Runden lang. Wir sind schon mal positiv. Sehen wir schon mal. Was er möchte sagen wollte, ich sag's nicht. Das ist nicht komisch einfach. Das ist nicht komisch einfach. Besonders. Ich habe das. Ich kann mal nachladen. Ich habe hier gegens. Schittee, war auch gegen uns. Da, wie die Karen gelaufen ist, saß ause, was sie gegen uns. So. Ok, ich hab hier nix mit Aufklärung, wir können schon mal irgendwelche Leute helfen. Ah, das war doof. Es sind dann noch 7. 9. 2. 3. 4. 4. 5. Aufklärungsflug abgeschlossen. Gute Arbeit. Bereit machen zum Vorriss. Das war jetzt nicht der klügste Plan, aber es war ein Plan. Winnie. Da hat er ja richtig Glück gehabt, dass man genau 2 oder 1 gar nicht versucht zu schießen am Anfang. Herrschaft! Wir holen C ein. Anton ist verloren. Wir halten Cäsar. Wir schlagen die Flucht. Mach sie fertig! Wir nehmen B ein. Wir nehmen B ein. Wir haben trotzdem B. Das ist doch doof. Sie kommt niemals an. Das ist die Gang. Sie war nicht weg. Der Ziel merkt er schon wieder abfack. Wisst ihr, ich kann nicht aufhören das Spiel zu spielen. Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft. Da ist die Schuss. Ich hab das doch nicht zu lange. Bertha wird abgeriegelt. Wir nehmen B ein. Keine Munition. Geht mir Deckung. B ein genommen. Ich habe Rang 2 erreicht, perfekt, kannst du die Tür abschießen. Ja, nein! Wir erobern Anton! Das ist ein bisschen gerettet. Kommt doch von unten, oder? Boah! Da muss ich noch viel weiter. Alter, wie? Er lag genau dahin, oder was? Hat er mich jetzt getroffen gehabt, oder nicht? Sie sind mein Panzer! Die besseren Leute, die sich jedenfalls stumm machen wegen Sachen, die eigentlich komplett sinnlos sind. Oh! Die sprich, die viel besser sind als er. Sie stehen jetzt in 15, 12. Das ist immer noch positiv, das reicht mir erst mal. So, fang! WTF! Ich schlaufe aber recht, alle gleichzeitig weg. Ja! 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 Perfekter Schuss! Werfe Haftgranate! Werfe Haftgranate! Wir nehmen A1! Niemals! Abschütter! Wir halten alle Ziele, haltet die Linie! Ja! Wollt's nochmal weg! So, ich brauche nur noch ein paar Pünktchen und kann schon meinen Artillerieschlag machen, was auf was auch immer. Ich glaube, ich setze es auf A. Oder warum hat die eigentlich gesporen. Der Feind nimmt A1! Ich schweine eine Granate! Ich schweine eine Granate! Ich schweine uns durch den Himmel vor! Anton ist verloren! Alter, von beidseitig! Ich verdiene meinen Positivstatus! Feindliche Aufklärungsmaschinen in der Luft! Auf dir! Feindliche Vorräte! Er wusste es natürlich, wie ich da stehe oder was. Ich dachte schon, der ist eh komplett abwracken. Obwohl er... Wie nervös ich von mir, ist der... Hat er Köln zum Ende? Feindliche Bombe im Anflug! In Deckung! Nein, komm! Der Köln! Ah, ich wusste es! Wir verlieren Ziel Bertha! Lohnt sich ein späterer Mann? Ich wollte meinen Luftschlag einsetzen! Nein! Wir haben gewonnen! Ich wollte jetzt keinen! Es ist nicht so offen gefallen, dass der unsterblich gewesen wäre! ganz ehrlich näher glaube ich nicht ist mir sowas von egal da ist man wieder negativ geworden zum ende hin das war natürlich kacke als reportete nicht habe gar keinen grund dazu ich stehe mit vorne mit prestige 1 2 2 geschafft und ich kann die ersten sachen schalten was haben wir denn ich könnte den garten spaß garan freischalten oder so was mir das ist die brin oder so und sicher gerade in nix wirklich ich würde gucken dass ich vielleicht verkaufte was bringen kann ich mir jetzt auch nennen scheiß gebirge freischalten noch den jahr nehmen lassen nächstes coole sniper da rein so herrschaft gustav k scheiße das kann natürlich meine quest nicht weitermachen aber das ist schade und ich habe keine obwohl ich habe ne mp ja ich glaube ich kann die waffen nicht wechseln vor dem match das wird schnell die mp40 beim dings reinnehmen obwohl war mache ich das eigentlich nicht alles ist besser als zweimal dieselbe waffe bei unterschiedlichen sachen oder mal kannst du das ändern herrschaft sichert und haltet alle position machen nächstes mal ist dann da die mp40 erst mal dritten ausrücken schaltet den feind aus able wird gesichert a eingenommen der feind hat charlie bei uns fehlen leute bei uns fehlen leute wir haben die führung sie erobern baker hat name das kann ich gegen keine mp aushalten das gedulde Ach, er kämmt ja, als ob die hinten beibiegen kämmten. Ach ne, sie haben weh. Ich muss versuchen, weh zu haben. Das ist so scheiße, wenn du zu weh kommst. Das läuft schon wieder überhaupt nicht mehr. Sie erobern Baker! Werfe eine Haftbombe! Wir haben weh verloren! WTF, das will ich sehen. Das will ich echt sehen. Ja, er rettet ihn noch, oder was? Ja, okay. Schütze, unten bleiben! Jetzt müssen wir hier vor uns... Dings... Mit Pistol, du Arsch! Alter, Jungs, ihr seid echte Camper. Ich will das nicht machen. Ich will das nicht machen. Ich fühle mich dabei schlecht. Ich komm da nicht hin mit den Waffen. in der ganzen Sniper. Da ist'n wieder zwei! Wir haben die Führung verloren! Das ist ein Dreierreich. Nein! Alter, ist das wieder ein Sniper gewesen? Ja, Klaus, ja. Auf der Versorgungsrate! Auf der Versorgungsrate! Liege unter Beschuss! Das ist Teams-Seinweiler! Aktivität bei den Zügen! Wir haben ihn verloren! Feindkontakt bei Abel! Der ist erledigt! WTF! Ich schmeiß' eine Haftgranate! Sie sind bei den Schwellen! Sie stoßen auf der Versorgungsstraße vor! Der ist tot! Ich scheiße! Alter Junge! Das ist ja schön deine Scheiße! Ich habe ihn! Ich brauche Feuerschutz! Garant! Safe! Barschgeige! Und, Sniper, jetzt ist wieder ein Sniper fest. M, die stehen so oben mit MP oder die rennen unten mit Sniper rum. Na, knall dich mit einer einfachen... Alter, dieser Typ, ne, wo ist er? Ja, klar, ist doch noch einer. Gute Arbeit, ausruhen für den nächsten Angriff. Ah, fuck yeah. Ja, ne, hätte ich doch geschenkt gekriegt, ey. Dass der nicht stirbt, so ein Wunder. Das ist schon auf Platz 2, aus unserem Team, wenn ich so ein Wunder habe. Rück vor und kontrolliert sie. Charlie wird abgeriegelt. Charlie gehört uns. Der Feind kontrolliert Able. Wow, ja, ja, geil, ich finde das ganze... ...überfallen. Der Feind hat Baker. Baker wird abgeriegelt. Rückseite der Kanone. Wir verschanzen uns bei Baker. Äh, als ob der mich mit einem Garant... ...sinn und herläuft und so schnell... Sorry, sorry, alles, gut bei euch. Scheiße. Na, was soll ich noch... ...weil ein paar. Ich komme da nicht drauf mit dem, was ich habe. Ich bräuchte die Thompson oder so. Baker ist verloren. Die habe ich nicht. Wir haben eine Hauptrolle. Ich will ihn doch, mein Gott, ey. Was haben wir denn für einen Lutscher? Ich werfe eine Granate. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Sie erobern Charlie. Ich brauche Munition. Da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Charlie wurde überrannt. Na klar, kommt er. Wo sind denn die Mates? Alle tot. P verloren. Ich finde, wir haben die schlechtesten Mates aller Zeiten. Komm. Sleeper eh nur. Also, das ist ja so eine Sniper-Gewehr-Runde. Die geht mir so auf die Nerven. Wir brauchen zwei Punkte pro Kopf. Tja, einen konntest du snipen, den anderen nicht, wahr? Wir erobern Charlie. Sie erobern Baker. Aufklärungsflieger, wartet auf Befehle. Pistel, er macht mich mit einer Pistel. Baker wurde überrannt. Sie erobern Charlie. Und dann snipet er noch einen. Ja klar doch. Wichser, Alter. Der Feind hält alle Positionen. Wow, er ist tot. Die Aufklärung sucht nach Zielen. Charlie wird gesichert. Wir halten Charlie. Du bist eine scheiß Waffe. Der Fick steht da hinten. Auf dem Scheunenhof. Das ist so ein Fickisches Sniper-Nest, Alter. Das ist so ein Fickisches Sniper-Nest, Alter. Das geht mir so auf die Eier. Leckbombe für Missionen bereit. Na ja, komm. Leckbombe ist im Gedanke. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Sie erobert Charlie. Ich hoffe, dich. Feindliche Vorrächte entdeckt. Unterbindet den Nachschub. Feindkontakt bei Charlie. Ja. Feindliche Aufklärung. Feindliche Bombe im Anflug. Im Deckung. Tot. War mir so klar. Ich wollte die Runde, die ich wieder missen. Die Lobby ist missen, würde ich sagen. Ist nicht wirklich nur Sniper drin. Sniper und Leute mit MPs. Ich garantiere, der Typ, der die Dings hat, ist Sniper. Du warst für ein Zufall, er ist Sniper. Alter, boah. Hat das einen Krampf schon wieder gegen die zu spielen? Ich brauche auf jeden Fall die MP40. Mindestens brauch ich die wieder. So, es gibt ja keine Kisten. Also sage ich hiermit Ende die Folge von COD WW2. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und Tschüss. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns.